einen wunderschönen guten tag meine lieben freundinnen und freunde mein name ist gary und herzlich willkommen zurück zu der space 3 neben mir im internet sitzt der gute gabi ja wir sind glaube ich kapitel 14 habe ich gerade noch gesehen genau das sind unserer herz aller liebsten da nach oben folgen ja deiner dame jetzt hier ne ach ich teile gern ich teile gern ja ich weiß nicht danach verliebt sie sich auch in mich weil du dann kurz mal weg bist oder so ja stimmt okay okay dann würde ich sagen up now on los geht's jetzt geht der spannende teil ist los ich bin einfach zu dick ja alles in ordnung was blöde frage war ruhig schon vor da ist ein weg am boden ich schicke ihn dir auf deine weg wir treffen uns an der einrichtung lustigerweise nur um eine ja eben ich glaube die hat die sabotiert weißt du ja die zuerst so hoch so sind wir dann äh b war das ne äh hupsalat hast du schaden bekommen hm keine ahnung wie kann man nochmal das ding machen api genau schön dass wir eine taschenlampe haben ungewohne steuerung ich habe auch einen tipp bekommen dass ich an meinem holzenschuss gewehr äh explosionsschaden rauf machen sollte statt schock ich habe wieder so ein komisches geräusch ja genau haben wir robbie noch wie war denn das noch ich habe keinen ich habe auch keinen robbie er ist auf kurzwahl taste 3 also oben da kannst du dir ja hin und her switchen das ist eine gute idee na vielleicht finden wir hier loot da hinten ist was das ist glaube ich das geräusch das uns anzeigt hier kann der robbie hin da weißt du gut wir haben einen vermute ich mal gut dass wir einen haben hier kommen wir nicht lang da kommen wir auch nicht lang ne 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 alpha band alpha band ähm wo kommen wir denn ich habe granatweifer ach was ok das ist ein bisschen her seitdem wir gespielt haben ja alles geht auch gerade um ne mal ein damer und erkältung warte mal hier war auch noch irgendwie so ein kleiner weg rein jetzt zeigt er uns wie so ein zurück hier ist nischt ach man schade ja aber ich hatte das auch ich hatte auch vor zwei wochen fett erkältung gehabt das ist echt nervig ist das gesund dass das hier alles so grün leuchtet wenn es radioaktiv versorgt ich weiß es nicht auf jeden Fall brauche ich mir abends keine taschenlampe mehr kannst du dich die augen die das hier lesen das science division facility ach nein nicht die digger ach igid das sind doch diese schreier jetzt die ok oder diese diese runner keine ahnung die kommen ganz schnell auf uns zu ja wo müssen wir hin dahin ich habe schon mal meine knalle im anschlag jetzt nichts genau halt doch uns mal auf schatz halte uns auf schön dass du gute laune hast ja aber wir haben keine angst wir sind mit männer wir sind männlich männliche männer so öffnen hoch der hat gerade noch gezogen ja der da der auch achso ok oh sucher bot wartet an der bank toll wenn wir jetzt so eine bank hätten das wäre ein traum ähm entschuldige warum vergesst es entschuldigen entschuldigen sie mal was tun sie da ich habe komplexe weißt du doch achso ich sehe torten und ach ja das stimmt möchtest du einen ballon haben ich habe viele ballons oh naja reißt du schon mal vor genau ach das ist das ach so das sieht aus als hätte dann nicht Zeit zum sammeln gehabt verdammt wie sollen wir Rosetta finden wenn sie seit 200 Jahren tot ist moment da Rosetta Labor es ist hier perfekt schickt mir die Koordinaten und hoffen wir dass wir diesen Kodex bauen können bevor Danik uns findet ok Biologie was war das denn gerade äh das war ich ich habe ihm ausprobiert wie schlau sie geht ja genau oh da liegt was oh ein Suchergewehr ein Suchergewehr ja geil da müssen wir mal gucken ok das riecht hier ganz nach einer Falle so wie die ja ne ich sie aufgestellt sind so nach ja Arena Kampf ja gut ich ich vielleicht sehen wir da sauber rückt wo ich habe keine Ahnung äh da Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 das ist ein Hacker hier easy hallo so ein Ding das arbeite ich zum Frühstück auch was das ist ein nervösen Zeigefinger ja das waren das waren Headcrabs ach stimmt oh ja das waren die Headcrabs oh noch mehr ok oh und damit oh ah ah oh zwei ah ja ja das wäre gut oh 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 das ja ich hab's ich hab's schon kommen sehen als ich abgedrückt habe oh man ne ok der Krebs gleich so ok jetzt aber ich hätte mal gern wieder neuen Anzug ja jo hallo wiebt er hallo ne ne die lebt nicht ok aber die kommen gleich ja jetzt ah nein ich hab's schon mal ich hab's schon mal ich hab's schon mal weiter gut los heute hier haben wir es jetzt stand da gerade neuer anzug oder habe ich mich verlesen ich weiß es nicht der legionärsanzug wurde freigeschaltet ja geil nicht da liegt schnell der ausgangsische massive panzerung wurde um 23 ok massive panzerung ich muss gucken ich muss kommen ja ja jetzt in kopf geht es die für den alten besser okay das ist jetzt hallo agent sam ja ja ein zu wechseln bei mir ist keine waffe im bild alles gut gut sieht jetzt nicht so optisch geil aus ich fette den anderen zu besser so ist er wieder da ein bisschen schwerer gepanzert drei sucher bots sind zurückgekehrt das heißt erstmal eine tork stange drei super bots probieren wir das jetzt mal aus komische streuung ok so mach ich mal warte mal hab ich blau da ein elektroschockmodul und er sagte aktivierte explosion beim letzten abgefeuerten schoss alter ja das machen wir natürlich hier wenn ich den namen noch richtig in erinnerung aber das neue ist der mir das empfohlen hat ok die haben immer so toll den namen grüße gehen raus grüße gehen raus ja so erweiterung brauche ich noch irgendwas erweiterung ziel für hilfe und zielfernrohr munitionssammler munitionshilfe erhöht die klipp größe ok das habe staser hilfe staser munitionssammler klipp größe für spieler und partner hab ich jetzt mal genommen ist die klipp größe denn das magazin oder ist das allgemein ich glaube die magazinmenge ist dann anders schadensboost und säurebad habe ich noch auf der anderen alles klar vom spieler verbrauchte erste hilfe bagete heilen auch den partner oh medizinische hilfe das ist auch nicht übel vom spieler verbrauchte erste hilfe bagete heilen auch den partner das ist nicht schlecht geil habe ich reingehauen wenn der tasse benutzerflächen schon durchsprengwaffeln zu ja ich glaube das brauche ich das wäre nicht schlecht ok ich bin denke ich mal soweit fertig ich spare noch ein bisschen ähm ja ich auch ich brauche andere waffen was haben wir hier ähm warte 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 mach ich das erstmal herstellen guck mal ein stachel ich sehe den da hinten achso siehst du den ja guck mal der sieht schön aus ne als würde es mir so was essen vorliegen so oh der hängt auch so schön in der wand ich hallo ich krieg den ich krieg den ich krieg den keine sorge ich hab neun gefunden den da der ist ja wunderschön oder was sagste ich kann richtig gut nach wie hier guck mal tschuldigung ich auf ja ja nicht egal ein bisschen aus dem konzept hier jetzt flüstern sauer zu sein ach so dass du mich nicht stößt du kannst ruhig ein bisschen eskalieren wenn ich sie vielleicht ihm wie so alternativ ok wir haben keine optional mission schade ob das so funktioniert doch das ist auf jeden fall besser als meine raketenwerfer nein nein ich wollte nein bei uns bin ich blöd also drei stück f für respekt f für respekt f steht für freunde die sich was erzählen du steht für uns sicherlich so wo müssen wir lassen hier sind mehrere wege ich glaube hier kommen wir noch gar nicht lang oder nicht ja ja ich will nicht ok da können wir nicht lang und den fahrstuhl der ist verriegelt ok gut da müssen wir halt hier schön wie wir vom spiel gezwungen werden ist eine open world ganz klar ja natürlich überhaupt nicht linear nein wie kommst du da rauf weiß ich nicht ach guck mal die haben das hier so schön mit kissen ausgestalten ist das eine gummizelle hier ausgestalten ja ich fürchte ja lass mich mal gegen die wand zu oh bin sanft gefallen oh ja ich bin gegen die tür gefallen ja ach ehrlich kann ich so eine gasbude mitnehmen so eine glaube ich nicht nur die roten glaube ich oh schade nein 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 frau sagt nein also nein frau sagt nein alles klar hier geht es nicht weiter 1 2 hm hm ich suche gar nicht dass das hier eine dekommunikationsdusche ist oh oh die steht diese dekommunikation ok ach die denn jetzt noch ja schuldigung dass wir die montagestation schuldigung dass wir so lange gewartet haben wir sollen einen kodex zusammensetzen logisch oh mir die peck laut aufzeichnungen sind wir hier um rosetta zusammenzusetzen die haben sie in stücke geschnitten oh mein gott was für ein scheiß tag die haben sie zerschnitten warum wie man sieht keine ahnung aber es sind schon ein paar stücke in der montage einbrechen ich glaube da vorne ist noch eins ok da vorne oh guck mal hier hat jemand schöne bilder mit seinem blut gemalt ja äh blut ich meine natürlich ketchup ja ok was sind das ey also deine partnerin hat was gegen mich warum ich komme nicht rein sie tue es auch aber ich komme nicht rein ja wir sind hier der beste typ überhaupt achso du musst du halten warten auf partner achso wieso stehen sie denn hier müsste ein behältnis sein das mit dem katalogsystem des labors verbunden ist ja da drüben ja da genau da drüben ach da da ok schenke ich dir ähm ähm was ach da drüben alles klar ach so da ach so ach so ach so ach so ok mal sehen ob ich das zur montagestation schicken kann geil so ding ok ach so ach so ach so ach so ach so ach so wenn es unsere stücke gibt sind sie in einem davon oder in allem der schlafen kombiniert wird ich würde den ja gerne nehmen das hat aber ist ja unpersönlich ja alles darüber heraus wie man durch das zusammensetzen von resetter einen kodex herstellt ich sehe mich in den laboren um und sammle den rest von rosetta ein weißt du wir sind die der retter der welt können aber nicht so eine kaputte treppe diese behindert also das finde ich jetzt nicht so schön ist sauber steril sehr gut sondern behinderend dass das ja ich glaube das trifft okay ich bin geduscht so wieder runter ist ja wahnsinn zu viel action ich dachte gerade das wäre im spiel alter das sind wir jetzt sind ist biologie dann gibt es noch eins für paläontologie und und eins für geologische studien was hat sie zuerst ansehen egal drei nur vorsichtig meinst du da draußen könnte mich was fressen wollen wie ernst der auf einmal wurde was er lacht oder ich weiß ich weiß wie kann man wie kann man hier mit den mit den mit irgendwelchen das ist das intro quatsch das andere menü lb ich glaube noch haben wir nichts okay wollen wir uns aufteilen es klappt bestimmt ja bei dem spiel auf jeden fall ich drücke die karte auf das feld sehr gut die karte wurde die karte wurde die karte wurde die karte wurde die karte die karte ich bin nicht so schlecht wie wird es verpestet aus die luft der hobby ach ja einfach nur geradeaus und auf dieser ebene wir sind richtig karpin sieben